So, wir sind jetzt am Weg zum Kloster und Leute, was können wir sagen, die Straße ist ein absoluter Traum. Wir fahren hier am Flussbett entlang, haben ein tolles Bergpanorama und dieser Asphalt ist aalglatt und die Straßen sind breit. Und ja, so macht fahren durch Simalaia auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß als überall die Huckelpisten. Jetzt geht es wieder rückwärts den Berg hoch. Danke. Ist es okay, wenn wir hier parken? Ja, das ist alles klar. Okay. Na, hoffentlich lohnt sich das. Jetzt sind wir, glaube ich, zwei Kilometer rückwärts hier diesen Berg hochgefahren, weil es echt mega steil ist. Das ist halt so, ich meine, das hatten wir auch schon in Italien, irgendwo auf dem Land. Die Autobahnen, die sind halt immer breit und sind nicht so steil und so. Aber dann auf einer Landstraße oder jetzt hier die letzte Ecke in irgendeinem Tal zu dem kleinsten Kloster auf dem Berg. Ich meine, ihr habt ja die Berge gesehen. Das sind halt auch krasse Berge und dann führen da auch krasse Straßen lang, die steil sind, wenn es keine Hauptstraße ist. Ist ja auch normal, wenn das alles so Kloster aus dem 14. Jahrhundert sind, dann können wir froh sein, dass diese Straße hauptsächlich asphaltiert ist. Ja, na gut. So, wir wurden hier richtig nett empfangen. Es wussten auch alle, wer wir sind, beziehungsweise die Personen, die gerade hier sind. Unsere deutsche Reisegruppe macht gerade noch einen Spaziergang hier durch die Gegend, was man auch verstehen kann, weil das sieht echt hammer aus. Aber dieser Tempel alleine ist auch der Hammer. So, das ist das Zerkamo Kloster und da ist halt dieser Mönch aufgewachsen, der jetzt halt in diesem Projekt Himalaya Haus mit dabei ist. Und schon echt ziemlich beeindruckend. Also so krass dekoriert und bunt und so eins hatten wir auch noch nicht. Jetzt wurden wir erstmal hier in diesen Schweißelsaal gesetzt und haben erstmal einen Tee bekommen. Also es scheint hier echt so gemacht zu sein, dass sich hier viele Gäste und Gruppen empfangen können. Also es ist halt so eine richtige Küche und hier die Schilder sind auch mal auf Englisch und so. Ja und der Fahrer hat uns empfangen, während die anderen halt noch spazieren sind, aber richtig nett und so ist es okay. Jetzt haben wir uns gerade ganz nett mit diesem Fahrer unterhalten. Das war richtig spannend, weil wir konnten ihm halt voll viele Fragen stellen um Ladakh rum, um die Kultur, um den Buddhismus und das mit dem ganzen Tourismus und so weiter. Und wir haben ihn auch gefragt, was diese ganzen Autos waren, die wir gestern gesehen haben, die so dekoriert waren und wo die Leute da aus diesem Ladakh Scouts Militärgebäude rauskamen. Und das sind die Leute, die jetzt in Ruhestand gegangen sind. Und vor 10, 50 Jahren war es noch nicht so, aber jetzt wird das so ganz doll zelebriert. Dann kommen die ganzen Leute aus dem Dorf und so, also eine ganze Feier, also das als Nachtrag. Und da haben wir halt einfach noch so allgemein darüber geredet, so mit dem Tourismus hier, dass es ja auch hier jetzt sehr viel ist. Und das manche auch kritisch sehen, weil im Buddhismus die Leute leben so sehr mit der Natur, hat er uns erzählt, wenn Erntezeit ist und so, dann wird viel gebetet und so weiter. Und jetzt halt mit diesem ganzen Tourismus, Plastikmüll und die Leute fahren hier in die letzte Ecke, alles wird dreckig und die Leute machen Ziplein und so weiter. Und da haben hier wohl einige, in der Gegend ist das nicht so stark und da haben einige Dörfer wohl gesagt, so, hä, ins Nubratal fahren so viele Touris, aber hier nicht, Mensch, warum ist das denn so? Können wir auch sowas anbieten? Aber jetzt sehen die zum Teil auch so diese Schattenseiten davon, dass das irgendwie zu viel ist, die Natur kaputt geht und auch so die Kultur dadurch so ein bisschen verloren geht. Und ja, das war auf jeden Fall sehr spannend und dann haben wir auch noch so darüber geredet, wie es im Winter hier ist, dass es hier ganz kalt ist und dann ist natürlich nicht so viel Tourismus, aber es ist natürlich alles ganz anders, weil dann ist es weiß und die Pässe vom Hauptindien hierher sind dann alle zu und man braucht dann Autos mit Schneeketten und so. Also das klang alles schon sehr spannend, wie es hier im Winter auch ist. Da müssen wir vielleicht echt nochmal herkommen, aber dann irgendwie natürlich nicht mit dem Auto. Also auch hier merkt man einfach so ganz klar, dieses, ja, ein bisschen mehr Tourismus ist natürlich gut, weil es bringt irgendwie Jobs und sorgt dafür, dass Orte mehr entwickelt werden. Also dann gibt es halt Häuser mit Zentralheizung plötzlich und einen vernünftigen Wasseranschluss und gute Straßen und so weiter. Das macht das Leben von vielen Leuten dann natürlich einfacher. Auf der anderen Seite, wenn es so Massentourismus ist, sorgt es halt irgendwie dafür, dass die Natur total verschmutzt wird, dass Locals irgendwie nicht mehr so richtig dahin kommen, wo sie hinwollen, weil zu viel Verkehrschaos ist, dass sie sich manche Sachen nicht mehr leisten können, weil die Preise allgemein einsteigen und so. Und da hat er auch gesagt, Nachhaltigkeit ist halt auch, nachhaltiger Tourismus ist so der Schlüssel zu all dem, dass man so ein bisschen gucken muss, dass es nicht zu viele sind. Und es gibt wohl auch schon echt so Orte, die wirklich sagen, so, nee, gar keinen Bock auf zu viele Touris, weil die halt wieder zurück zu ihren Wurzeln wollen, zu der Verbundenheit in der Natur. Und er meinte halt auch so, ja, die Natur ist irgendwie so wichtig und so schön hier, warum muss man dann so diese Abenteuerangebote machen, wie Sip Lining und so. Naja, das ist einfach unsere persönliche Meinung und nicht so unser Ding. Aber es war jetzt einfach mega nice, mit ihm so zu quatschen, weil solche Gespräche, ja, dadurch lernt man so viel mehr, als wenn man einfach irgendwo hinfährt und auf dieser Tourismusebene bleibt, anstatt halt mit den Locals so zu quatschen und da ein bisschen tiefer zu gehen. Abenteuer. Abenteuer. Jules zu einem weiteren sonnigen Tag im Himalaya. Wir trinken gerade ein bisschen Tee und Kaffee und haben hier gefrühstückt. Die Reisegruppe ist jetzt heute für ihren Tagesplan ausgebrochen. Und uns wurde aber angeboten, dass wir auf jeden Fall hier bleiben dürfen. Wir wollen uns hier auch nochmal die Gegend angucken, weil das voll schön sein soll. Und wie krass ist das bitte? Jetzt sind wir hier einfach eingeladen in so einen buddhistischen Kloster. Wurden super herzlich aufgenommen. Dürfen hier wie gesagt irgendwie frühstücken, uns hier frei bewegen. Und ja, es ist einfach voll das Glück, dass wir das jetzt so erleben können, weil wir einfach nochmal so einen krass anderen Einblick bekommen. Und wie schön ist es hier einfach, dieses Bergpanorama, diese Farben. Wir sind ganz hin und weg. Wir konnten das gestern Abend dann übrigens nicht mehr ganz so gut filmen, weil es waren natürlich voll viele Leute, mit denen wir uns auch unterhalten haben. Es gab Essen und so. Was gab es da? Es gab Tukpa, das ist eine traditionell ladakische Gemüsesuppe. Und die wollten wir die ganze Zeit schon mal essen, weil Momos sind gar nicht so traditionell ladakisch, sondern eher tibetisch. Aber jetzt haben wir die probiert und haben uns dann richtig doll darüber gefreut, dass es die gab. Und der Mönch hat sich auch sehr gefreut, dass wir uns so gefreut haben. Ja. Und dieses Kloster ist übrigens entstanden, dass vor sieben oder achthundert Jahren, da hat ein Mönch den Auftrag bekommen aus damals Tibet oder China, der solle irgendwo ein Kloster gründen und da sollte es welchen Baum? Einen Wacholderbaum geben und eine Quelle. Und dann ist er halt hier durchs Land geirrt und hat dann irgendwann einen tollen Wacholderbaum gefunden, den es immer noch gibt. Und hat erstmal gedacht, ja okay, dann nehme ich das jetzt und hat dann ein bisschen später erst die Quelle entdeckt. Also voll krass. Und dann gibt es ja wohl noch so eine Höhle, wo wir gleich auch nochmal hingehen, wo dann das Kloster quasi angefangen hat. Und jetzt ist das hier echt so ein schickes, prunkvolles, total schön dekoriertes, so fein überall angemaltes Kloster. Also schon echt beeindruckend. Und das hier so in dieser leeren Berglandschaft. Also schon richtig krass. Hier wären wir auf jeden Fall nicht mal eben hingekommen. Hätten die nicht gesagt, hier auf der Karte kommt man uns besuchen. Aber hier kommt niemand hin. Ja, das ist so abgelegen und halt da dementsprechend voll besonders und so. Wobei es jetzt auch ziemlich modern ist, muss man sagen. Und halt anders als die ganz alten Kloster, die nicht so prunkvoll dekoriert sind. Wobei die Tempel und Stupa sind ja immer so prunkvoll. Ja. Und diese Reisegruppe, das ist übrigens der Globetrotter-Club, die irgendwie alle, deswegen waren die auch so interessiert und irgendwie so, wir haben schon gemerkt, so hä, das sind irgendwie nicht nur normale Menschen, sondern die reisen irgendwie auch viel. Und das machen die auch. Die reisen alle sehr viel durch die Welt. Und jetzt machen die zum ersten Mal irgendwie so eine große Gruppenreise, weil dieses Himalaya-Projekt, von dem wir euch ja auch schon erzählt haben, wozu ja auch hier der Lama gehört. Die haben halt in Deutschland immer so Vorträge gemacht und dann, und auch dieser Mann, der das mitorganisiert, und dann lernen die mal Leute kennen. Und so hat dieser Club die auch kennengelernt bei so einem Vortrag und dann irgendwann davon gehört, dass die auch irgendwie so Touren quasi hier organisieren können. Und deswegen machen die jetzt hier zum ersten Mal so eine Gruppenreise, sind jetzt heute auch schon wieder unterwegs. Ja, aber es sind halt richtig spannende Individuen, die halt schon vor 30, 40 Jahren unterwegs waren, mit dem Auto durch die Anden. Jetzt ist einer irgendwie auch mit seinem Auto eigentlich in Afrika irgendwo und macht jetzt hier kurz diesen Trip als Zwischenstation und fliegt dann wieder zurück, um zu seinem Auto zu gelangen. Und also deswegen hatten wir auch so coole Gespräche gestern, weil das einfach da nochmal eine andere Ebene ist, auf der man sich unterhält, wenn man so unter Reisenden ist. Und wir haben dann ganz viele Tipps bekommen noch von Mönch, wo wir so hinkönnen die nächsten Tage. Das ist auf jeden Fall sehr besonders. Hier kommt dann irgendwo die Quelle aus dem Berg und es gibt eine wasserbetriebene Gebetsmühle. Wie lustig ist das denn? Wir haben gestern ja wirklich mit vielen Leuten gesprochen und haben dabei noch gelernt, dass Village Duty, also die Pflichten, wo die Mönche so tagsüber hinfahren, und weswegen wir bei den Klosern immer keine sehen, sind auch so Sachen wie bei der Geburt dabei sein, beim Tod und Leute zu begleiten. Und teilweise sind sie halt dann bis zu 10 Tagen irgendwie bei Leuten, die gerade im Sterben liegen und so weiter. Und natürlich sorgen die auch dafür, dass die Tempel weiter gut aussehen und sauber sind und so weiter. Aber die sind wohl auch sehr gefragt bei gläubigen DorfbewohnerInnen. Und dementsprechend, die Dörfer sind ja teilweise auch nicht mal eben um die Ecke, sind die halt alle sehr, sehr beschäftigt. So, es ist wieder Zeit. Wir laufen die Treppen am Klosterhof. Ich meine, immerhin sind wir hier schon hochgefahren und sind jetzt auf der Suche nach der Höhle, wo das Ganze angefangen hat. Wir sind gespannt. Wir glauben, wir haben jetzt die ursprüngliche Höhle gefunden. Sieht auf jeden Fall so aus. Aber natürlich auch ein bisschen modernisiert mit so einer Tür und so. Hammer. Also echt der Hammer. Da ist hier vor 800 Jahren dieser Mönch hier angekommen, hat in dieser Höhle gelebt. Und dann wurde irgendwann das ältere Kloster gebaut und jetzt das Neue. Schon spannend hier die Geschichte. Und dann wurde es wieder auf der Höhle gelebt. Weil jetzt hier gerade nicht so viel los ist beim Pfloster, haben wir die Chance mal genutzt und sind hier in den Tempelraum gegangen, um euch mal zu zeigen, wie krass bunt und dekoriert und ist einfach krass hier drin, ist echt so eine verrückte Welt, in die man hier so reingeht. Es ist halt echt so ein krasser Kontrast zu so, weiß ich nicht, Kirchen aus dem Mittelalter, so gotischen Kirchen, die alle so dunkel und irgendwie so ein bisschen unheimlich wirken und dann hängen da so riesige Gemälde von Jesus am Kreuz und die sehen immer so ein bisschen brutal aus und alle leiden irgendwie, weil Maria dann auf dem Bild auch traurig ist natürlich und so weiter. Und hier ist es alles so bunt und irgendwie positiv und fröhlich. Also ich finde auch Kunstgeschichte, auch in christlichen Kirchen finde ich das auch spannend und ich liebe es auch Kirchen anzugucken. Aber das ist hier schon auf jeden Fall nochmal echt anders, wie bunt und fröhlich und dadurch so ein bisschen positiver es alles irgendwie wirkt. Wir hatten jetzt gerade das große Glück, bei einer Meditationseinheit im Tempel von Lama Santim geführt dabei sein zu können und es war super spannend, weil wir nochmal voll gelernt haben, wir haben ja schon viel über Meditation, das ist ja auch in der westlichen Welt und so, aber hier ging es jetzt nochmal wirklich darum, wie die Buddhistinnen das denn machen. und da geht es vor allem natürlich auch um den Atem, weil den hat man immer dabei, egal wo man ist, eine Klangschale wahrscheinlich eher nicht und deswegen muss man sich darauf immer sehr konzentrieren. Und ja, er hat uns ganz viele verschiedene Tipps und Sachen gezeigt, zum Beispiel, dass der Ringfinger im Buddhismus als der Gefühlsfinger geht und wenn man dann zum Beispiel sich im Schneidersitz hinsetzt, dann berührt man den und klappt die Hände so zusammen, dann hat man an beiden Händen dieses Zeichen, weil man sich bei der Meditation halt auf seine Gefühle und Gedanken konzentrieren möchte und so weiter. Also es war richtig spannend, voll schön und ja, wir haben uns voll gefreut, dabei sein zu können. Ja, war auf jeden Fall richtig cool, bei sowas dabei zu sein, weil wir waren jetzt schon in einigen Klöstern und haben uns immer gewünscht, so, oh, vielleicht ist da irgendwie eine Veranstaltung oder irgendwas, wo man mitmachen kann oder dass man sieht, so, wie die jetzt hier so leben und meditieren und so weiter und deswegen war es voll cool. Und zwar war richtig lustig, wie Lama Samten da vorne dann in der Mitte saß, so vor diesem ganzen Buddha und so und dann haben wir halt erstmal so diese Atemübung gemacht und dann halt so mehrere Minuten meditiert, also einfach so in sich gehen, atmen und dabei soll man auch mal so ein bisschen lächeln, also so positive Gedanken haben, deswegen so diese Buddha-Figuren, die lächeln ja auch mal so ein bisschen und wie er da so saß, das sah so hammer aus, er sah echt auch schon selber aus wie so ein Buddha. Das war richtig cool. Das war halt richtig lustig, ne? Er saß so in der Mitte quasi oder vor diesem, vor der Statue auf so einem Kissen in Beine überkreuzt, total gerade, voll erhaben, hat dann da irgendwie halt meditiert und so und das eingeleitet und wir alle irgendwann so, boah, jetzt muss ich meine Beine mal strecken, oh, mir tut alles weh, oh, dieses gerade sitzen, voll anstrengend und dann hat er halt geatmet und es war so voll abgestimmt und so und dann haben wir geatmet und dann irgendwie alle so irgendwie komisch am Schnaufen, weil wir das halt einfach nicht gelernt und nicht gewöhnt sind, ne? Nicht gelernt haben und nicht gewöhnt sind. Wir konnten das natürlich alles jetzt nicht filmen, weil ich meine, man meditiert ja und wir wollen ja jetzt auch hier nicht die ganzen Leute zeigen, also für manche Sachen muss man das dann doch irgendwie mit selber erleben. Ja, voll. Wir wollten uns ja auch auf die Meditation konzentrieren und jetzt nicht darauf, wie die Kamera steht und ob der Frame gut ist. So, wir haben dann auch mal die Chance genutzt, Lama Samte nach Gebetsflaggen und Buddha-Statuen und so weiter als Deko zu fragen, weil wir ja mal irgendwann gesagt haben, es ist schon ein bisschen komisch, wenn man so religiöse Symbole so ein bisschen missbraucht und vielleicht gar nicht die Bedeutung kennt, aber er meinte, wenn Leute im Westen das machen, findet er es gar nicht so schlimm, weil die damit ja immer noch was Positives verbinden. Also, wenn jemand sich in seinen Garten eine Buddha-Statue stellt und die schön findet und daran irgendwie Freude findet und sich denkt, oh, jetzt fühle ich mich ausgeglichen, weil ein bisschen weiß ja jemand, jede Person, was über Buddha, ist das voll okay. Das heißt aber nicht, dass Ladaki-Leute das so machen würden. Also, wir haben zum Beispiel auch gelernt, dass die Buddha-Statuen hier alle gekauft werden, dann mit Mantras gefüllt werden, also die sind nie leer, so wie in Europa, und dann noch gesegnet werden. Also, das hat dann ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber ja, auch so mit den Gebetsflaggen, also alle Leute, die auch mit uns in Nepal waren und so weiter und sich eine Gebetsfahnen-Galande quasi gekauft haben und die jetzt in ihren Vans haben, unser Lama findet das in Ordnung. Und ja, wir finden es immer spannend, solche Fragen zu stellen, weil wir können das ja nicht beurteilen, weil wir sind ja quasi nicht betroffen, weil wir sind keine Bedustinnen und haben das wieder gelernt und werden wahrscheinlich noch weitere Personen solche Fragen stellen. Er hat uns ein Beispiel erzählt, da ist er in Deutschland bei Freunden im Haus eingeladen worden und war dann dort auf Toilette und viele stellen sich so ein Buddha ins Bad und dann war in der Toilette so eine Buddha-Statue und dann konnte er halt auch nicht aufs Klo gehen, weil das geht einfach nicht und hat die halt gebeten, den da rauszustellen. Also wenn die Leute dann sich entspannen, wenn sie dann aufs Klo gehen, wenn da so ein Buddha steht, dann meint er okay, aber für ihn persönlich ging das halt nicht oder so wie nur der Buddha-Kopf, das geht halt auch nicht. So, nach dem Meditieren und Frühstück nutzen wir jetzt mal hier die Waschmaschine, das ist nämlich echt mal wieder nötig. Ist allerdings eine indische Waschmaschine und wir haben es glaube ich so verstanden, es gibt eine Seite zum Waschen und dann noch eine zum Schleudern. Wir müssen eigentlich ganz schön überlegen, wann wir die letzte Waschmaschine benutzt haben. Ich glaube, das war im Iran, wo wir Freunde nennen, oder? Irgendwo in Indien? Nee, ne? Nee. Okay, ja dann vor allem. Ja, oder in Pakistan waren wir einmal bei diesem Waschsalon in Lahore, wo meine Wäsche dann ganz nass war. Ah ja, also ein halbes Jahr ist das her, seitdem wir eine Waschmaschine benutzt haben. Wir haben sonst immer alles per Hand gewaschen, man kann das auch so abgeben. Aber ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn fremde Leute per Hand unsere Wäsche waschen müssen. Aber gut. Weil unsere Wäsche so dreckig war, machen wir jetzt einen zweiten Waschgang. Wobei, die machen wir auch immer nur eine Viertelstunde. Aber das Wasser war schon sehr, sehr dunkel. Und es ist einfach, ja, es ist einfach sehr dringend, dass wir mal wieder ein bisschen wirklich saubere Wäsche haben. Na ja, es ist jetzt schon trockener. Toll. Okay, kurze Pause vorm Waschen. Jetzt gibt es Mittagessen im Garten, da wo dieser Teich ist und die Quelle. Ja, es gibt so ein Picknick. Ja, das ist ja toll. Und hier sind übrigens die ganzen Räume, wo die Leute übernachten können. Also es ist echt gut dafür ausgelegt, dass hier viele Leute kommen. Und es ist halt voll spannend, dass es nicht so was wie den Flur gibt, also kein Haus, was überdacht ist. Alles ist so offen hier. Oh je, und obwohl es im Winter so kalt wird. Ja, genau. Das ist ja der Hammer, ey. So, wir haben jetzt hier unser Hammer-Mittagessen. Reis natürlich, dann Bohnen, hier diese Sojakügelchen mit Bohnen, dann noch so ein Curry, das Brot. Kartoffeln und Blumenkohl. Bohnen wie ein Salat. Hammer. Also ich muss sagen, es wurde gesagt, für Picknicken im Park, da habe ich nicht so ein 500-Gänge-Menü erwartet. Richtig krass. Und ich habe meinen Besteck vergessen. Na, dann los. Ganz lustig, es war hier gerade so eine ganze Gruppe, Familie, keine Ahnung, die hier irgendwie aus einem Dorf kommen und die waren halt sehr interessiert und haben so reingeguckt und dann, die Tür war so ein bisschen auf und dann die Wäsche hängt da, aber dann hat sie die Wäsche vorbeigemacht und schuppdiwupps waren hier plötzlich die fünf Leute drin, ohne mal zu fragen, ob sie reinkommen können. Naja, die waren aber sehr fröhlich und nett und positiv. Da hatten wir ja schon schlimmere Erfahrungen. Ich lese hier gerade auch dieses Buch Learning from Ladakh Asian Futures und da geht es voll um die Kultur der Ladakhi und ich glaube, so etwas wie Privateigentum und so gibt es halt nicht so viel, sondern das ist halt alles sehr gemeinschaftlich und klar, es gibt verschiedene Haushalte, aber man teilt alles, man teilt die Arbeit, man teilt die Wohnung und so weiter. Deswegen war das für die, glaube ich, einfach so, ja, so interessant, gehen wir doch mal rein und gucken, ne? Aber ja, die Menschen sind voll fröhlich, voll nett irgendwie und deswegen war das jetzt überhaupt nicht schlimm. Ein bisschen so, okay, krass, würden wir jetzt nicht machen, aber die waren dabei so am Strahlen und gucken einem dann auch in die Augen und lächeln einen so voll fröhlich an, dass man halt überhaupt nicht sagen kann, ja, was machst du denn hier? Sondern sich so denkt, ja, okay, dann guckt halt mal, ist für euch halt auch spannend, ne? So wie wir in eurem Klöstern rumlaufen, guckt ihr euch halt hier unseren Van an. Das war jetzt ganz sweet. Und dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Tada! So sieht es bei uns aus. Dann werden wir nach Monaten mal wieder Wäsche waschen. Hammer. So, ein weiterer Tag, ein weiteres Abenteuer. Heute gehen wir zur Familie von Lama Samten in dem nächsten Dorf, wo wir auch schon mal hingelaufen sind, weil da gibt es besseren Handyempfang. Hier ist nämlich gar nichts mehr. Wir haben heute noch mal ganz viel Wäsche gewaschen, Bettwäsche auch mal gewaschen, endlich mal wieder. Und jetzt laufen wir alle da rüber zu der Familie. Wir sind gespannt, was es zu essen gibt, wie es dort aussieht und so weiter. Jetzt laufen wir gerade beim wunderschönen Sonnenuntergang oder letzten Sonnenstrahlen runter und guckt mal, wie das aussieht. Hammer. Wir sind inzwischen angekommen in dem Familienhaus von Lama Samten und es ist echt so ein bisschen wie im Iran so mit der Gastfreundschaft. Wir sitzen hier, haben so ein Tischlein vor uns, so wie das da auch immer war und wir haben jetzt erst so einen Tee bekommen. Hier gibt es so Kekse. Bier. Bier kommt jetzt rum. Die Reisegruppe freut sich, weil im Kloster ist natürlich alkoholfrei und so. Aber ja, wir sind halt auch nicht nur wir beide wie Moran, sondern wir sind eine richtig große Gruppe. Ja, ja, 20 Leute hier. Und die ganze Familie ist hier. Es kommen noch mehr Snacks und dann gibt es auch noch Abendessen. Jetzt dürfen wir den traditionellen Buttertee probieren und haben dabei gelernt, dass es gar keinen Yak-Käse gibt, weil Yak nur die männlichen Tiere sind. Die weiblichen heißen die, also ist das jetzt hier die Buttertee. Und das ist so salzig und wird schon seit Jahrhunderten getrunken und ist sehr nährstoffreich und fett natürlich, aber im Winter dann natürlich wahrscheinlich sehr gut. Schmeckt wie salzige Butter zum Trinken. So, jetzt gibt es auch noch Chang. Das ist quasi gegorene Gerste, so eine Art Bier könnte man sagen. Und das ist auch ganz traditionell. Da habe ich schon viel drüber gelesen. Ja, es schmeckt genauso, wie man sich gegorenes Getreide so vorstellt, aber ganz lecker. Und weil wir alle hinter so Tischen sitzen, gehen die jetzt rum. Also ich weiß nicht, warum das so. Aber jetzt gehen ganz viele Menschen aus der Familie rum und alle haben einen Topf in der Hand und dann können wir uns immer nehmen. Ich habe jetzt hier schon Reis, grünes Gemüse, Nudeln, Linsen, Brot. Unglaublich. Was kommt als nächstes? Böse Flachen. Ja, Hammer. Mega lecker das Essen. Und die gehen weiterhin hier alle rum und dann kann man sich die ganze Zeit nachnehmen. Und heute ist Abreisetag. Die Reisegruppe fährt weiter. Deswegen werden wir auch mal weiterfahren, weil langsam wird es auch ein bisschen peinlich hier. Naja, wir können jetzt auch nicht hierbleiben, wenn die Gruppe nicht mehr da ist. Naja, also jetzt Punkt 7 Uhr und dann gibt es hier wieder Frühstück, obwohl wir alle noch satt sind, weil das Abendessen gibt es ja hier immer erst so um 9 Uhr oder so. Naja, aber das Mittagessen gab es dann auch immer erst so um 3 Uhr. Deswegen muss man auch was essen. Na gut. Aber Frühstück um 7 Uhr ist schon dann wieder krass, aber die müssen halt dann auch los und weiter. Und wir haben noch gelernt, dass man begrüßt sich ja, man sagt ja Juli, das ist ja so Hallo und egal welches Alter oder wen man anspricht, sagt man das, aber dann hat man halt diese Geste und je nachdem, wenn man jemand ein Älteres grüßt, dann nimmt man halt beide Hände und wenn es irgendwie ein bisschen förmlicher ist, dann sagt man das vielleicht nur oder zum Beispiel der Hausmeister hier, der grüßt uns alle, dann nimmt man nur eine Hand und so. Also da gibt es dann so diese unterschiedlichen Begrüßungsformen. So, die Motoren laufen, die Reisegruppe fährt jetzt weiter, so in die Richtung, wo wir auch waren, ins Nubratal und so, nochmal nach Lee. Ja, voll durch. Und wir fahren dann in die andere Richtung, Richtung Sinaga. Bye, bye. Partner. Tschüss. So, jetzt haben wir das Kloster für uns. Wuh, hier laufen schon ein paar Mönche und der Hausmeister und so rum, glaube ich. Ach so. Sind jetzt nicht alle gefahren, aber die Deutschen Reisen. Jetzt können wir in den Tempel gehen und meditieren und dann heben wir auch so ab, so wie Lama Samten. Ja. So, alle sind abgereist und wir haben ja auch nur noch elf Tage Visum in Indien. Deswegen ist es für uns auch an der Zeit weiterzufahren. Wir haben noch so ein paar Punkte, die wir hier, hier und dort so anschauen wollen, bevor wir dann in die Hitze runter ins Hauptindien fahren. Genau, das wollen wir so, soweit es geht, vermeiden. Und da werden wir nur durchpreschen. Ja. Wir wurden ja superherzig von Lama Samten und dem ganzen Kloster aufgenommen und haben natürlich auch gefragt, wie wir was wieder zurückgeben können. Und er hat gesagt, er würde sich freuen, wenn wir einfach kurz erwähnen, dass er eine Organisation hat. Das heißt, das Himalaya-Haus könnt ihr einfach mal auf der Website gucken. Das verlinken wir euch unten. Die bauen Schulen, die machen so Patenschaften, Waisenhäuser und gucken einfach, dass benachteiligte Leute in der Region ein besseres Leben führen können und sind da sehr auf den Austausch mit Deutschland und so weiter angewiesen. Er spricht ja auch Deutsch und ist oft in Deutschland. Und wir werden das auch auf jeden Fall weiterverfolgen und unterstützen. Und wenn ihr auch so eine Reise machen möchtet, Heinz Zimmer, der das hier mitorganisiert, der ist schon seit den 70ern in Ladakh unterwegs ziemlich oft. Und zusammen mit Lama Samten machen die halt diese Touren. Also wenn ihr irgendwie eine Gruppe seid und ihr wollt irgendwie richtig super hier Ladakh und die Himalaya-Regierung und den tibetischen Buddhismus kennenlernen, dann sind die die beste Adresse dafür. Also wir haben ja jetzt schon die zweite Reisegruppe getroffen und die klappern hier so ein paar Orte ab. Und ich glaube, noch besser kann man irgendwie so eine Reise hier gar nicht machen. Wir waren ja jetzt nur vier Tage mit denen unterwegs und haben einfach dadurch, dass man einfach mit Lama Samten und Heinz reden kann, so viel mehr noch mal gelernt als in den Wochen zuvor, weil man einfach diesen lokalen Kontakt hat und dann einfach, ich meine, Mönch Fragen stellen kann. Und der spricht sogar Deutsch. Also es ist echt super toll und ein bisschen traurig sind wir auch, dass wir jetzt nicht noch weiter mitreisen können, weil man einfach noch mal hätte viel mehr lernen können. Ja, und durch diese Reise wird halt dieses Projekt Himalaya-Haus dann auch direkt mit unterstützt. Ja, und dann gibt es noch, haben wir ja jetzt auch schon oft erwähnt, diesen Verein DZG. Wozu steht das noch mal? Deutsche Zentrale für Globetrotter. Genau, und da haben wir jetzt auch mit echt vielen Leuten gesprochen, die alle super spannende Reisegeschichten zu erzählen haben. Also wenn ihr da Interesse habt, die haben irgendwie, machen so Stammtische und Treffen und Vorträge in verschiedenen Städten in Deutschland. Also ich habe da eben mal reingeguckt. Also Wuppertal, Bremen, Dortmund, Berlin, München. Also überall kann man da sich informieren, mitmachen, Vorträge anhören und dann zusammen vielleicht auch mal so eine Reise machen. Sehr genau. Also die sind jetzt hier zusammen hergefahren. Ja, die sind jetzt hier, waren aber auch schon mal in Spitzbergen oder irgendwo in Delhi und wenn ihr irgendwie viel alleine reist und aber mal Lust habt, euch mit anderen mehr auszutauschen, ist das vielleicht eine gute Idee. Sowohl Leute, die wandern gehen, als auch, ne, viele haben auch irgendwie ein Outdoor- und Offroader, die dann irgendwie durch Afrika da düsen oder Fahrradreisende. Also es ist total divers und für uns war es halt auch voll spannend, weil viele von denen sind jetzt nicht in unserem Alter, sondern erzählen dann halt auch, wie es früher war und so und dieser Generationenaustausch ist für uns halt auch voll cool. Das lohnt sich auf jeden Fall und das ist, man hat ja immerhin diese Gemeinsamkeit, dass man zusammen reist oder nicht zusammen, sondern dass man gerne reist und das ist dann echt ganz cool. Ja, für uns geht es jetzt weiter. Wir haben nur noch elf Tage Visum. Das ist voll traurig. Wir werden jetzt hier dort noch so ein paar Sachen uns anschauen und bevor wir dann runter in die Hitze fahren. Wir müssen da durch. Also, Julee. Julee. Julee haben wir, das haben wir nämlich auch gelernt. Julee bedeutet nämlich Hallo, Tschüss, Danke und Bitte. Deswegen können wir es einfach jetzt immer sagen. Zu allem. Genau. Julee. Tschüss. Tja, und damit verlassen wir dann auch langsam den Himalaya und den buddhistischen Teil von Indien. In der nächsten Folge stürzen wir uns ungewollt zurück ins indische Chaos und haben einen weiten Weg bis zur Grenze vor uns. Einmal komplett durch Kaschmir, was unerwartet wie ein komplett anderes Land auf uns wirkt. Das und mehr aber im nächsten Video.